POP TEM SESSION Alles Gute zum Weltfrauentag, Linda. POP TEM SESSION 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 Jahren in Amerika, der irgendwann von seinem Vater verstoßen wird, Richtung L.A. zieht, dort merkt, dass es ganz normal ist, irgendwann wieder nach Hause kommt und dann von seinem Vater erschossen wird. Und dieser Song ist gegen alle Vollidioten und Arschlöcher, die nach wie vor denken, man könnte nicht lieben, wen man will oder was man will. Und dementsprechend in diesen Tagen vor allem gegen AfD, NPD und alle anderen Wichser.